Ich werde ja nach wie vor Parlamentarierin sein, sollte ich kein Regierungsamt mehr begleiten, was ja nun nicht feststeht. Und auch als Parlamentarierin kann ich dann all das wissen, das ich hier als Erfahrungsschatz mitnehme, die Zusammenhänge, die mir dann wahrscheinlich geläufiger sind wie Kolleginnen und Kollegen, das kann ich dann alles im Parlament bei den Diskussionen mit der Opposition trefflich verwenden.